So meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustrieren Runde, schreien vor Angst, Angst haben vor Angst, sich in die Hose machen vor Angst, mit mir Lunetschki vor allem. Ich werde mal schnell noch wieder meinen Timer stellen, meinen Timer, los geht's und auf die Plätze, fertig, los. Dann werden wir uns mal hier in Ruhe umgucken, jetzt haben wir ja letztens alle The Ring schon mal hier fertig gemacht. Ich hoffe mal, dass es nicht... oh Gott, ich ahne, es schlimm ist. Ich ahne Furchtbares. Was ist denn das? Das ist bestimmt die Kettensäge, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede, ich scheiße mir jetzt schon wieder ins Hemd. Ist das furchtbar. Oh Gott. Oh Gott! Oh fuck. Oh, fix die fuckfuck. Oh, drop me. Ah, vielleicht hat die Alte ja ein Messer fallen lassen. Ich muss irgendwas Scharfes. Irgendwas Scharfes muss ich mir finden lassen, holen, tun. Könnte weil, bleiben wir daheim. Ah! Du, Alter! Geh mir nicht auf den Sack! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Ja, ist geil. Kann ich mich da hinhocken? Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Was war das denn gerade? Lolzkin. Ich werde mal wahrscheinlich die Spritze benutzen. Denn bevor ich hier komplett verrecke. So ein Scheiß, ey, Leute. Ich sag's euch. Ich packe das mal auf die Eins und das mal auf die Zwei. Dann kann ich es nämlich gleichzeitig dual wielden. So. Alter Schwede. Ah, guck mal, hier geht's rein. Oh Gott, nicht, oder? Oh, Leute. Muss... Ah! Muss das denn sein? Blöde Alde! Hör auf! Ich hole die um! Warum kann ich nicht einfach deren Messer nehmen? Oh Gott. Spritze! Ja! Sie ringen hier! Wunderbar! Oh Gott, Leute! Ich bin total gespannt. Ich werde mal kurz ein bisschen das Schnauzen halten. Das Maul halten zwischendurch. Weil es ist wahrscheinlich... Also ich will es ja nicht mit Absicht, weil ich... Scheiß mir einfach nur in die Hose. Ah! Macht nicht so ne ekligen Geräusche, Leute. Oh, ey. Vor allem... Oh! Es dachte ich grad, da steht ne alte in der Ecke. Dabei ist das nur so ein Scheißkasten. Okay. Ah! Peng, peng, pong! Hau mich ruhig! Ja genau, ich steh drauf! Ey! Kannst du mal aufhören, mir auszuweichen permanent? Ich glaube, ich droppe mal... Uppala! Die erste hier. Was ist mit der Maus los? So, drop. Und nehm mal einfach hier auf einer von den beiden... ...Guten. Oh! Auch die Eins bitte. So, jetzt aber. Jawoll! Gibt's denn hier sonst nichts? Ich dachte, ich kriege hier irgendwas Scharfes oder so. Nur so ne kurmischen Kackhölzer. Was will ich denn damit? Hä? Aus Fenster hüppen oder wat? Oh. Äh. Auf den Tisch kann ich nicht hüppen, oder? Ne. Bringt mir also nichts. Ach! Inventar ist voll. Natürlich ist das Inventar voll. Was mache ich denn jetzt? Drop. Du hast die Blades. Right half. Scissor blade. Right half. Not enough to cut the rope. Kann ich das vielleicht? Ne. Hä? Was mache ich denn jetzt? Ich kann das nicht nehmen. Ich brauche es aber. Und ohne Lampe laufe ich hier auch nicht rum. Da muss ich wohl erstmal die Spritze liegen lassen. Ich muss mich ja verteidigen können im Dunkeln. Die Spritze hole ich mir dann nachher, wenn ich das durchgeschnitten habe. Genau. Äh. Hier. Auf die 1 erstmal legen. Auf die 1 erstmal legen. Und dann dual wielden mit dem Ding. So. Und lass ich die Spritze erstmal. Komme ich nachher wieder. Nur wo ist denn die zweite Hälfte jetzt von der Scissor Blade? Bitte. Oh man ey, Leute. Oh wow. War hier nicht noch irgendwas auf dem Boden? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Ein Albtraum ist dieses Spiel. Einfach nur... Es löst sich mein Pflaster. Ja, ich habe mir nämlich in die Finger geschnitten. In den Daumen eher gesagt. Damit zu spielen ist auch richtig spaßig. Genau. Das war das. Aber es reicht nicht aus, haben sie gesagt. Also gehe ich mal hier weiter gucken. Einfach mal gucken. Da war ich gerade drinnen. Vielleicht außen rum? Nö, natürlich nicht. Da ist ein Busch. Der hält mich auf. Da lang. Okay. Vielleicht hier ja irgendwo. Ah, na schau mal, Kik. Noch ein Haus. Oh man. Oh man. Nein, der kann sich nicht weiter latschen. Mein scheiß Pflaster löst sich. Ich will nicht, dass sich das Pflaster löst. Das macht das Spiel unspielbar. Da komme ich nicht rein. Ich muss ja aber rein bestimmt. 100 pro. Jawohl. Ach nee, von hier kam ich, oder? Ja, von hier kam ich ja. Dreck. Och, wisst ihr was? Das Pflaster mache ich jetzt ab. Das löst sich ja sowieso nur. Scheiße ist. Ob jetzt wahrscheinlich eklig wird damit zu spielen, werde ich keinen Spaß bei haben. Äh, wo könnte ich denn jetzt hier... Oh, hier eben? Ah! Oh, fuck you. Mann, ey. Mary. Obwohl, ich nenne dich ja einfach The Ring. Du bist ja die Rennende-Version für Mary. Für Mary Jane. Mario Jane, okay. Hier mal sie auf Japanisch nennen würde. Inventar ist voll. Hahaha. Draw. Nein, nicht Combine. Drop. Nehmen. Combine. Fertig. So. Äh. Ja. Genau. Eins. Schwuppdiwupp. So. Kann ich jetzt hier irgendwas aufnehmen noch? Hier ist eigentlich sonst nichts mehr, war? In dem anderen ist noch, dass ich spritze. Die hole ich mir nachher. Okay, erstmal ab durch den Wald wieder. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Kann ich gleich eine von den Laternen? Oh, ich glaube meine hält noch, oder? Die hält noch. Die ist noch frisch. Die geh ich gleich rein, genau. Ach, naja. Was war denn hier eigentlich? Die war gerade die zweite, oder? Ja, gut, okay. Hätte ich einfach nach links gehen müssen. Okay. Cutten wir mal so rope. Use. So. Dann habe ich das jetzt genau. Dann hole ich mir jetzt meine... Zringe wieder. Zringe, padarringe. Oh, Gott sei Dank. Oh, Leute. Ich scheiß mir noch in die Hose. Dieses Spiel macht mich... ...nervlich... ...kaputt. Hier hoch und dann links. Zringe. Mit Morphium. Ach, Morphium ist da drin, oder was? Das ist ja... Oh, Imo Kalle. Ich wusste ja, dass du ab und zu ein bisschen wo bist. Aber als du das doch so machst, dann... ...hätte ich jetzt nicht mit dir rechnet. So. I hope we can save-en. Natürlich nicht. Watch out for the trees. Oh, nein. Ach, speichern. Oh, wow. Bin grad... ...drauf und dran hier echt... ...zusammen zu klappen. Und ich hab dringend mal die Hälfte geschafft. Oh! Oh! Mann, oh! Oh! Oh, fuck! Oh! Mann, oh! Ich will das nicht mehr spielen! Ich will... Ich will das nicht mehr spielen! Da hinten! Oh, fuck! Oh! Oh! Mann! Scheiß mir ins Hemd, ey! Lass mich in Ruhe! Ah! Ah! Oh, fuck, ey! Blöde Sau! Kann ich hier durch? Ich hab mich verhakt, oder? Nee. Da geht's eh nicht weiter, oder? Nee. Die haben mich nur verarscht. Blödes Kackspiel. Ah, Mann, oh! Hör doch mal auf, ey! Lass mich in Ruhe! Alter! Scheiß Bäume! Lass mal in Ruhe, ey! Hehehe! Ich hoffe, das hört jetzt auf! Da! Okay! Wow! Ist das gruselig! Ah! Was? Hör mal! Ich will nicht mehr spielen! Ich will das nicht mehr spielen! Oh, fuck! Ich muss da wohl rein, oder? Alter, ist das gruselig, Mann! Oh! Oh, no! Scheiße, ey! Alter, ist das gruselig! Oh, Gott! Warum gibt es solche Spiele? Ey! Es ist gerade endlich der Tag und ich heiße mir schon ein, Mann! Gott sei Dank! Ich spiele das Spiel nie wieder nachts, ohne Witz! Nie wieder! Da krieg ich mir in die Hose bei! So! Oh, Gott! Soll ich rüberkommen, oder was? Schnell, 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 schnell! Okay! Oh, wer macht denn sowas? Wie soll denn das gehen? Los, 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 los! Oh, fuck! Okay! Geht auf! Geht zu! Am langsamen Wechsel! Jetzt! Oh! Wow, ey! Mann, 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 Mann! Leute! Die Entwickler hier kommen auf Ideen! Okay! Okay, der nächste Abschnitt ist... So! Okay, jetzt warten! Oh, los, los, los! Nein! Was ist los? Warum hängt der so? Okay, auf die Plätze, fertig, und... Los, 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 los! Nein! Das muss wahrscheinlich so sein! Blö! Okay, da werde ich so angequetscht, wenn ich so langsam bin! Pump! So! Äh, ich warte lieber! Ah! Geht zu! Geht zu! So, schnell! Old Sweden, ey! So! Los, geh zu! Okay! So! Das ist ja einfach! Ah! Was willst du denn? Oh, fuck, ey! Fuck! Die Tür hat mich vermanscht! Scheiße! Ah, die Forest nochmal! Wo bin ich denn jetzt hier? Watch out for the trees! Na, ich glaub's aber auch, ey! Hm! Ich mach hier mal einen Cut und bin gleich wieder unten! Momentchen! Menü! Wir bleiben bei 6 Minuten hängen! Ich stell mal nur schnell meinen Timer auf 6 Minuten! Äh! Runter, runter! Nein! Oh! Ich hasse dieses Handy so sehr! Es ist so im Arsch! Ohne Witz! Timer! Ohne Witz! Ich raste ja nicht richtig aus! Na, komm schon! Und dann bis gleich! So Leute, ich bin jetzt wieder unten bei den lauten Türen! Und werden wir hier ein bisschen... Genau, da ist er jetzt gleich wieder! Und jetzt mal kriegt er auf die Schnauze, der Penner! Auf die Schnauze kriegst du! Die Schnauze, Alter! So, du Penner! Hast du nur davon! So, haben wir jetzt geschafft! Gott sei Dank! Ich weiß noch nicht, was mich hier noch erwartet, ey! Dieses Spiel macht mich fertig! Geistig kaputt! Was? Bin ich jetzt richtig? Muss ich hier wieder raus? Ja, ich glaub schon, oder? Ich glaube zumindest! Ich weiß es nicht! Ich habe nur Angst, dass mich... Eine Straße! Aber ich geh nochmal zurück! Denn ich möchte... Einmal, äh... Nämlich meine Lampe droppen! Und vielleicht die hier mitnehmen, die neue! Ich weiß nicht, ob das besser ist! Aber ich mach's einfach mal! Haha! Äh... Dual-Wield! So! Jetzt dual-wielden wir mal! Und hoffe, dass hier auf jeden Fall erstmal nichts mehr kommt! Äh... Zack! Die Bohne! Zack! Die Bohne! Auf die Straße, genau! Geht's da weiter? Da ist nichts! Okay! Ich folge einfach mal der Straße! Das macht mir nämlich einen ganz sicheren Eindruck! Ich weiß, dass hier irgendwo was aus den Wäldern kommt, aber mir egal! Ich renne jetzt einfach! WE haltet mich auf! Ohne Witz! Ah! Der Doktor! Mit der Gasmask! Hallo Herr Doktor! Ich möchte gerne mit Ihnen reden! Nicht über Gott! Nicht über die Welt! Einfach nur reden! So! Was haben wir denn hier Feindes? Vielleicht liegt ja hier irgendwo wieder eine Spritze rum! Ich glaub aber nicht, oder? Macht nicht den Eindruck! Ne! Schade! 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 Dann gehen wir halt hier durch! So! Dip! 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 Ich bin total angespannt gerade! Dieses Spiel macht mich wirklich total fertig! Ich hätte nicht gedacht, dass das noch so gruselig wird! Das fing ja so plakativ und plump an! Mit ein paar Monstern, die einfach nur aus dem Schrank springen! Aber diese Geräuschkulisse auch da unten! Und oh Gott! So realer Scheiß ey! Alles total abgefahren hier! Mehr oder weniger die actiongeladene Version von Silent Hill gerade für mich! Müssen wir jetzt in so eine Art Irrenhaus? Ne, ist das auch so eine Kita, oder? Eine Kindertagesstätte! Einfach mal rin gehen! Oh fuck you! Okay, speichern! Oh wow, Leute! Ich hasse Kindergärten und Schulen! Ich hasse alles, was gruselig ist! Slug from the other side! Fuck ey! Halt's Maul! Wer ist da? Oh, ich will da nicht! Ey, diese Lampe ist auch so klein! Die macht alles noch viel gruseliger! Mann, oh! Alter, ohne Witz! Ich trau mich nicht, hier lang zu laufen! Erstmal nach... Erstmal nach links! Oh, nee ey! Weitläufige Gänge! Oh! 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 Mann, oh! Warum ist das so... Warum ist das so groß? Ja, warum ist das so gruselige Geräusche? Fuck, Alter! Ist das krank? Hört ihr das? Ist das krank, ey! Ich will das nicht mehr spielen, Mann! Ich geh da nicht runter! Nö, da geh ich nicht runter! Okay, gut! Weiß ich schon mal, hier geht's nicht weiter! Jetzt hier rein! Okay, hier ist nichts! Den Boden absuchen! Hier ist nichts! Okay! Okay! Oh, fuck! Wenn ich auch mehr sehen könnte! Diese Lampe macht so schwummeriges Licht nur! Das machen wir doch mit Absicht, ey! Alter Schwede! Die Geräusche dazu, Mann! Wer erfindet denn so eine kranke Scheiße? Oh, hmmm! Ich bin ganz mutig! Ich renne jetzt einfach durch! Haha! Nee, tu ich nicht! Ah! Das war nur ein Blitz! Okay! Okay, hier ist nischt! Nee, hier ist wirklich nischt! Okay, hier ist auch nix! Oh, fuck, ey! Dieses Spiel, Leute! Oh, Mann! Sorry, dass ich gerade so dumm und kacke bin und nicht reden kann! Und... Ah! Das ist einfach nur so angespannter Scheiß! Räknik verbjuden! Für... Ha, 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 ha! Rauchen verboten ja auch! Räknik verbjuden! Süß, 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 so saß! Süße Sprache! Gut, hier in die Richtung ist überhaupt nichts, wa? Ja, so gut! Dann weiß ich schon mal Bescheid! Dann geh ich jetzt zurück! Zum Eingang, wo ich herkam! Und speichere erst mal! Hihi! Mental Hospital! Ist ja noch schöner! Ist ja wirklich neuer in der Anstalt! Moin! Oh, nee, Leute! Ich mach jetzt hier ne Pause! Tut mir leid! Ich hab zwar noch ne Minute, aber... Ganz ehrlich, ich bin schon wieder zu angespannt für den Abend hier, ey! Ganz ehrlich, es ist mir... Boah! Ihr habt's ja gemerkt, ich konnte nicht mal anständig quatschen! Ich hab die ganze Zeit nur gesagt, ah, ich hab Angst, ja, ich hab Angst! Irgendwie ist das jetzt voll der doofe Part geworden, aber ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen! Ansonsten lasst mir doch gerne etwas Kritik da! Ich scheiß mir in die Hose! Wir sehen uns! Tschüssikowski! Blablabla!